Guten Morgen lieben Pfeife Freude! Heute mal eine Falcon, gefüllt mit dem Grasmere Flake. Und ja, das ist früher Morgen. Das ist eigentlich der perfekte Tabak. Schön leicht, kräftig aromatisiert nach Rose. Bisschen Geranium, aber das auch nur ganz weit im Hintergrund. Vom Tabak schmeckt man hier wirklich nichts. Aber aufgrund der tollen Tabakbasis, eben wie hier, Falcon ohne Filter, kein Problem zu rauchen. Kein Zungenbrand, gar nichts. Nur eben dieses sehr dominante Rosenaroma in der Mundhöhle. Dann der Streif da hinten in die Baustelle. Ich sitze hier am Rand. Ihr seht, es ist neu gebaut hier. Die kleine Promenade kommt hier hin. Und genieße in der Sonne mein Frühstückspfeifchen. Ja, Grasmere Flake in Falcon. Und hinsichtlich dessen noch mal ein kleiner Aufruf an die Pfeifenmacher, die vielleicht zuschauen. Also es wäre super, wenn vielleicht einer oder zwei, keine Ahnung, mal solche Bowls herstellen würden. Also es ist jetzt sowieso eine Marktlücke in Deutschland. Also es gibt ja nur noch ein, zwei Händler, die noch welche aus Großbritannien haben. Und ja, in Großbritannien gibt es ja ein, zwei Pfeifenmacher, die sowas auch herstellen. Vielleicht kann man das ja aus Reststücken machen, die man sonst nicht gebrauchen kann, weil die sind ja etwas kleiner. Ich denke mal, wenn man es raus hat und mit dem Gewinde dann wahrscheinlich auch nicht so richtig schwer zu machen. Also hier mal Pfeifenmacher. Schaut mal, dass ihr hier so ein paar Falcon Bowls herstellt. Also ich nehme euch gerne ein, zwei, drei Stück ab. So, das war's schon. Kleines Samstagmorgen-Update. Gleich einkaufen, schwimmen und dann eben das Nachmittagsprogramm. Mal schauen, was ich da rauche. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.